Die Headlines des Tages. Sieben Tote bei Erdrutsch, neue Technik zum Kampf gegen Schlepperbanden und Pensionen werden erhöht. Bei einem Erdrutsch in Georgien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Etwa 30 Menschen wurden nach dem Unglück in der Bergregion Radscha im Nordwesten des Kaukasuslandes noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Die Erdmassen waren am Donnerstag nach tagelangen heftigen Regenfällen ins Rutschen geraten. Nachdem am Donnerstag zunächst zwei Todesopfer gefunden worden waren, wurden am Freitag fünf weitere Leichen entdeckt, teilte das georgische Innenministerium mit. In dem Katastrophengebiet der Ortschaft Oni arbeiten die Rettungskräfte weiter ohne Unterlass, hieß es in der Ministeriumsmitteilung auf Facebook. In der Bergregion befinden sich zahlreiche Urlaubsorte. Der Erdrutsch ereignete sich in der Nähe eines Hotels in Schowy. In dem Urlaubsort wurden Ferienhäuser, Stromleitungen, Straßen und Brücken beschädigt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 140 Menschen aus dem Katastrophengebiet in Sicherheit gebracht. Heute ist an der Grenze Nickelsdorf ein neues Gerät zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität vorgestellt worden. Ein sogenannter Herzfrequenzdetektor. Sieben Stück hat das Innenministerium davon angeschafft und diese werden an allen österreichischen Grenzen und auch im Ausland zum Einsatz kommen. Die Sensoren des Detektors können in den LKWs jegliches Leben orten und sollen den Grenzschützern die Arbeit erleichtern. Diese neue Gerätschaft mit den Herzschlagdetektoren ist für uns eine massive Unterstützung, um einerseits die Schlepperkriminalität zu bekämpfen, aber andererseits auch Menschenleben zu retten. Man kann hier in kürzester Zeit sofort feststellen, ob in den Fahrzeugen Herzschlag wahrnehmbar ist. Und wir haben hier auch die Gewissheit, dass Menschen nicht mit Großfahrzeugen, die schwerst beladen sind, wo vielleicht irgendwo in kleinen Nischen unter wenig Luftraum Menschen nach Europa, Österreich und weiter folgend geschleppt werden. Im Herbst sollen die Pensionen angehoben werden. Die Regierung wird sich wohl nach der von Statistik Austria empfohlenen Anpassung an die Inflation von voraussichtlich 9,7 Prozent richten. Das hat Bundeskanzler Karl Nehammer im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA verkündet. Jetzt ist es so, dass die Inflation mit der Zahl so hoch ist, dass auch dementsprechend die Erhöhungen stattfinden, dass die Maßnahmen, die wir vorher gesetzt haben, immer bei den geringeren Pensionen die Erhöhungen durchgeführt haben, mehr als sozusagen der Inflationsschnitt war, dass wir dadurch in die Lage versetzt werden, jetzt diese Inflationsanpassung auch dann dementsprechend umzusetzen. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017